Also, lecker Essen gab es hier in Ebergötzen. Richtig so? Jawoll! Ebergötzen, richtig oder lecker Essen? Lecker! Lecker, lecker! Das gab es für alle. Ein paar heiße Kirschen. Krutze! Kalte Rote Krutze! Keine heiße Kirschen! Kalte Krutze! Ja, da ihr nichts sagt... Heiß, heiß! Oh, heiß, heiß, heiß! Wir sehen hier... Und außerdem... Gab es lecker Wasser. Oh, lecker! Das glaubt ja keiner, Chuck. Also, wer den deutschen Alkebilly mitbegründet hat, der darf nicht über Wasser reden. Hier sehen wir in ihrer Funktion unter anderem die Länder... Wir unterhalten uns gerade hier ganz gut. Heute ein König. Der echte Rocketbill ist hier noch in den 50ern. Hier noch in der Vergangenheit. Wir wissen, wie es damals war. Genau. Wir haben alle unsere Moderationskerchen. Wir kommen in Frieden. Also, das sind keine Telefone, das sind Moderationskerchen. Das sind unsere Texte da oben. Okay, Schatz, ich komm später. Das ist mit euch da unten scheiß Stippungabtisch, Jungs, oder was? Nein, kein Telefon, keine Moderations. Das ist der Partytisch. Ja, da kommen noch mehr mit so... So, Mathe ist heute auch dabei. Mathe ist heute dabei. Machen wir gleich ein bisschen Werbung. Das neue Album kaufen! Welches neue? Ja, wir haben auch noch eine Best-of-Geschichte gemacht. So, by the way, das ist hier Eva Götzen. Und ihr seht schon, die Stimmung ist immer super. Super! So super! Hier nicht! Hier ist der Partytopatisch. Da ist die Superstimmung! Spalse! Mengenöse! Also, ihr wisst Bescheid.